Du musst den Brawler an den Emojis erraten. Bist du besser als ich? Okay, der erste Emoji. Okay, gut, ganz ehrlich, ich will nicht zu schnell sein. Das ist Leon. Also, wer das nicht gesehen hat, keine Ahnung. Und es ist Leon. Ich will jetzt nicht zu schnell sein, aber ich werde euch halt sonst ein bisschen abziehen, glaube ich. Jackie. Also, sorry, wenn ich so schnell bin. Bauarbeiter. Hammer. Easy. Und es ist Jackie. Okay, Brawler Nummer 3. Mal schauen, was schwieriger wird. Und wir haben... Okay, das ist... Ja, das ist offensichtlich mit der Schaufel und diesem Zombie. Das ist Mortis. Und es ist Mortis. Emojis Nummer 4. Ein bisschen schwieriger. Wir haben Boxhandschuhe und so Rosen. Aber das ist relativ offensichtlich. Das muss rosa sein. Und es ist rosa. Okay, so. Und das letzte ist ein Fass und zwei Gewehre. Das ist offensichtlich Daryl. Und es ist Daryl. Wie viele Brawler hast du erraten?